Ja, Control Center ist weit hinten, da sind vielleicht die Bulls schon runter. Wir können es probieren. Ich sag jetzt immer nichts. Einfach mal. Ey, wir sind eben noch fast später geworden. Ja, stimmt. War gar nicht so schlecht. Wir haben auch noch einmal mit der Fischung. Aber das packen wir jetzt. Auf Jungs. Genau, was wir jetzt gesagt haben, werden wir jetzt komplett zerlöten. Oh, direkt neben mir landet da schon wieder einer. Boah, wie viel Schiss immer mit dieser Pistole. Krank, ey. Die sind bei uns gelandet. Da ist einer bei mir, vor mir, hier. Kommt aber auch ein Glas darunter. Hier ist einer drin. Oh mein Gott, sie ist scheihart. Immer noch da. Stark. Stark. Boah, dieses Stoner, ey. Ich komm wieder runter. Hä, ist der grad ein Gegner nicht beigelaufen? Ja, tatsächlich. Stark, Team White, Jungs. Krass, der hat er gar nicht so gerafft. Der ist direkt an mir vorbeigerannt, der Typ. Ist er auch echt. Der Typ. Dacht, das war einer von euch, ey. Oh, geil. Okay. Was ist bei Rebock manchmal echt so unüberflichtig? Guck mal, dass wir die Kohle zusammenkriegen. Okay, das war schön. Aaaaaaah. Oh, ne, oh. Cool, ne, reicht nicht. Unglaublich. Wäre ja auch zu einfach in dem Game. Ja, dann gehen wir zur Zeltstadt, oder? Ja. Hier eine Kiste ist noch, die hole ich noch und dann komme ich mit. rechts von uns schon lodi geholt okay wir haben genug code los okay zurück und oben und feuerwehrtum glaube ich das reicht nicht ich dropp es ich komme sich auch lodi geholt oder heli kommt ich würde mal hoch gehen gucken wo sie kommen ja bei mir wir werden weiter ich komme mit ihr unter diesen weiter gerannt ich hab's auf jeden fall gehört ich sehe niemanden auf dem herzi land einer landet in die richtung auch der ist in meiner mine reingerannt ich habe ihn noch gesehen ich habe hier wo bist du ganz ganz hinten von wo wurde der angeschossen von der zeltstadt glaube ich da ist ein sniper links an dem container er rennt da hinten weg ja komm ich stopp mich da hin die oben drauf da rennt er rein er liegt jetzt k.o. da der hat sich aufgeregt ich glaube oben von dem turm wurde ich gerade angehittet ich bin mir aber nicht sicher scheint leer zu sein ja aber die richtung kam es auf jeden fall vielleicht auch hier irgendwo keine aus dem gebäude auch sein ja stimmt doch sein kommen keine mehr von hinten es stoppt einer zum turm das ist nicht auch hier unten die munition mitzunehmen wenn ihr mich schon habt aber ich habe leider schon ich habe auch schon ja zonen mäßig würde ich fast schon sagen rotieren wir hier unten rum oder ich habe da schon mal so oben zwei stück mit sniper k.o. eines k.o. hat runter gesprungen ich habe eine eliminierung bekommen hä ich habe eine eliminierung bekommen hä ein kopfgeldmoven k.o. ist das eine muni oder eine plattenpiste plattenpiste oh ich habe es wollte jungs soll ich mal mit dem heli rüber fliegen und mal gucken das ist ja mal ein bisschen riskant ja aber hier ist halt auch gerade sind wir sehr scheiße mitten auf offenem wir müssen uns weiter ja da bei bacon zone gibt schon geballer komm ich guck mal oben auf dem prison ah der fliegt natürlich oh du hast so ein glück ey da ja wie viel glück hat er bitte oh irgendwo von prison hat einer geschossen oh deacon auf dem dach wir werden gepusht jungs oha irgendwo von hinten davon wo wir kamen hast du platten hast du platten ja hier äh hier irgendwo war der deacon sind sie auch Jungs können wir gerne reinholen ja da liegt er da liegt er shield break hat der mal einen cluster oder sowas hier sind noch leider nein hier sind noch die zwei platten boah was sind das die typen auf jeden fall der lasert ja übelst krass ja der lasert richtig krank hier rein der ist irgendwo hier beim reifen ja der ist beim reifen wir werden gepusht hier in die richtung im team da hab ich ihn gesehen er liegt vorne vom lkw liegt er hat da jemand ne platte übrig er liegt gleich hier vorne bestimmt raus ja wenn ihr Zeit habt ja der liegt genau da hier wenn er rauskommt alle draufballern wenn er um die ecke kommt ich halt schon hier vorne hin ja danke ich hole jetzt genau auf lila sitzt da der bastard ja müsste er immer noch vorbei hinter dem scheiß reifen er läuft hinterm 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 lang ja jetzt sitzt er da hab ihn hab ihn jawoll sehr gut geil dick auf dem dach vorsichtig sniper auf dem dicken dach zwei wahrscheinlich oh ja was ist mit ihm oh der brasse die hütte hier ist scheiße auf dem boden legen ja hütte ist immer scheiße janni ich drück gleich durch nicht zu bände drücken janni scheiße wieder alle platten brauchst du platten oder hast du noch ich hab noch drei äh komm mal her trifft gar nichts los ich komm abi ko aufliegen 4200 platten uah na boah was ich belege mich selbst wieder kümmert euch erstmal um den geht der wir schade live ja danke fuck wachladen ich noch platten fahren drei gegen äh oha er ist auf prison glaube ich noch ein team mit 2 boys die müssen aber jetzt glaube ich komplett übers offene gefällt wahrscheinlich die müssen alle übers feld oben oben in der kleinen hütte hier ist schon bei uns hier ist einer drin ach da hier ist einer drin ja da steht er ja geil cool ja geil so läuft's neben geht doch okay ja sogar mit com ja aber diesmal hat ja auch alles geklappt da schön gelandet durchgesetzt ja hundesohn toxicboy und angela merkel übernehmen wieder ein angela merkel ich habe ihn noch nie gesehen und jetzt schon ein zweites Mal heute ist der deutsche Bundestag oder was ist der spielchen ist so ne hundesohn das achte war der politiker weinst du mit starke kiste in meiner ist dem nam du sch auf de 着